hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute geht es um matten lipgloss da ich letzte woche ja den kylie jenner lipgloss ausprobiert habe bzw das lipkit dupe und mich das eben nicht überzeugt hatte und auch vom preis viel zu teuer ist für dessen qualität habe ich mir gedacht ich versuche jetzt mal billigere varianten zu finden und habe mir eben zwei lipgloss gekauft und zwar einmal von essenz und einmal von catrice genau und die will ich euch heute jetzt vorstellen als erstes habe ich den essenz matt 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 long lasting lipgloss gekauft in der farbe 02 beauty approved die farbe hat mir eben sehr gefasst deswegen habe ich mir gedacht ich probiere den einfach mal aus genau und schauen wir erst mal vom geruch also er riecht schon um einiges angenehmer als der chemische vanille geruch von kylie jenner lipstick und auch die konsistenz ist viel cremiger und nicht zu flüssig am anfang ich swatch euch das mal genau also so sieht er jetzt aus also ich finde echt eine schöne farbe jetzt auf dem handrücken mal sehen wie er auf den lippen aussieht also da lässt sich echt sehr sehr schön auftragen und wirkt so richtig locker auf den lippen mir kommt es eher wie so eine lippen creme vor die ist richtig schön fluffig und nicht wie ein lipgloss genau also mir gefällt jetzt die farbe schon wirklich sehr sehr gut finde ich viel besser als die farbe malibu vor dem kylie jenner lipkit duke würde ich sagen warten wir mal fünf minuten und ob er angetrocknet ist weil er jetzt noch eher relativ flüssig ist so jetzt habe ich eine zeit lang gewartet um den lipgloss eben antrocknen zu lassen und ich muss sagen er trocknet jetzt nicht so schön wie das kylie jenner lipkit aber finde ich jetzt auch nicht schlimm er wirkt trotzdem eben matt glänzt aber ein bisschen aber ich finde es angenehm und finde die farbe echt echt schön ich kann sie echt weiter empfehlen und werde sie auf jeden fall nutzen da mir die farbe und die konsistenz einfach super gefällt und es trocknet auch die lippen nicht so aus wie das kylie jenner lipkit duke schauen wir mal ob es auch besser entfernt werden kann wie das kylie jenner lipkit duke also es lässt sich dann einiges besser entfernen als das kylie jenner lipkit duke das mir fast die ganze lippenhaut runter gezogen hat damit ich die farbe wieder runter bekomme also vom essence lipgloss war ich schon sehr sehr begeistert dann schauen wir mal wie mir der katrice lipgloss gefällt und zwar habe ich hier die velvet matt lip cream also ist eine lip cream von katrice in der farbe 010 mit new season in der lip cream befindet sich zudem auch noch vitamin e das eben die lippen total weich und samt machen soll die farbe ist jetzt nicht ganz dieselbe habe ich nicht geschafft dass ich genau dieselbe farbe bekomme aber kommt auf jeden fall nah dran an den essens lipgloss probieren wir ihn mal aus auch hier ist der geruch um einiges angenehmer als beim kylie jenner lipkit duke obwohl ich finde dass bei den essens lipgloss noch um einiges süßlicher richt wer also nicht zu starken süßlichen geruch haben will sollte sich eher den kapitel kaufen genau jetzt habe ich ihn aufgetragen und ich muss sagen als lip cream finde ich fühlt er sich um einiges flüssiger an als jetzt der essens lipgloss und er lässt sich natürlich auch super schön auftragen aber mir hat die farbe von essens ein ticken besser gefallen ich swatch jetzt euch auf meinem handrücken genau also das ist jetzt drunter die katrice lip cream und oben eben der essens lipgloss und mir gefällt einfach persönlich die farbe von essens besser da sie etwas dunkler ist die von katrice finde ich etwas heller etwas nude farbener während der essens stift eben ein bisschen rosa stich drin hat dann warten wir wieder ein bisschen und schauen ob die lip cream auch trocknet so jetzt ist wieder einige zeit vergangen und ich finde dass die patrice velvet matt lip cream nicht so schnell trocknet wie der essens lipgloss aber von der konsistenz her ist ja auch eben ein bisschen matt und mehr glänzend ich finde jetzt dass der essens lipgloss etwas matter ist und habe ich mir aber schon gedacht dadurch dass es am anfang eben schon flüssiger war während der essens lipgloss nicht so flüssig war muss aber sagen die farbe ist jetzt auch nicht so schlecht gefällt mir auch aber mein favorit ist jetzt immer noch der essens mal schauen ob sich der leicht entfernen lässt hat sogar einen physischen geschmack also lässt sich auf jeden fall auch wieder besser entfernen als das kalichener lipkit dupe jetzt muss ich bloß schnell meine lippen eincremen mit dem lipsofter den ich euch letzte woche schon gezeigt habe vom essens da meine lippen wieder sehr sehr gereizt sind gerade so das fazit zu diesen zwei baten lipglossen ist dass mir der essens lipgloss etwas besser gefällt da er eben viel cremiger ist nicht so flüssig und eben schneller trocknet als der catrice lipgloss und da mir einfach die farbe besser gefällt kann ich ihn also sehr empfehlen aber das mit der farbe ist natürlich meine persönliche meinung schlecht ist aber der von catrice auf jeden fall nicht sie schlagen auf jeden fall das kalichener lipkit dupe umlängern weil die lippen nicht so ausgetrocknet werden weil es viel leichter zu entfernen ist und der geruch einfach angenehmer ist wer sich als rothmatic lipgloss kaufen will dem kann ich auf jeden fall diese zwei marken empfehlen obwohl mir eben der essens ein dick besser gefällt als der catrice genau und das war für heute mein video ich hoffe euch hat es gefallen und ihr schaut bei meinem nächsten video wieder rein tschüss 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.